Frau Professor Radowitsch, kann man wirklich bei jedem Wetterrad fahren? Ja sicher, es ist halt eine Frage der Kleidung. Aber da braucht es meist gar nichts Spezielles. Bei warmen Wetter zieht man sich luftig an. Wenn Sie anfangen zu schwitzen, dann fahrt es doch etwas gemütlicher. Manche packen sich auch einfach ein Ersatz-T-Shirt ein. Bei kaltem Wetter gilt als Faustregel, wenn Ihnen ohne Bewegung ein bisschen kühl ist, sind Sie fürs Radfahren gut angezogen. Grundsätzlich ist das Zwiebelprinzip sehr zu empfehlen. Dann können Sie Ihr Outfit nach Bedarf auch unterwegs anpassen. Zugegeben, Regen ist ungemütlich. Aber mit der richtigen Regenbekleidung geht das auch. Was ich an dieser Stelle auch empfehle, ein Rad mit Spritzschutz. Aber zum Glück regnet es in Wien ohnehin vergleichsweise wie wir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.